Es kam ein Hilferuf aus Afghanistan, es ging um den jungen Mann Rasim, der hatte Nierenprobleme und der war eigentlich kurz vor dem Sterben. Dank eurer Unterstützung, dann eurer Spenden haben wir den Rasim von Afghanistan in dem Nachbarland Iran, in der Stadt Masjad gebracht und haben ihn behandelt. Dank eurer Unterstützung, dann eurer Spenden. Der war mehrfach Intensivstation und wir haben ihn behandelt, haben ihn mehr oder weniger gesund gekriegt und den haben wir jetzt nach Afghanistan wieder zurück geschickt und er bekommt weiterhin Medikamente, weil er Nierenprobleme hat und andere Krankheiten. Wir haben gemeinsam schnell gehandelt, wir haben gemeinsam wieder ein Leben gerettet. Es gibt viele Rasims, die verzweifelt, vor Schmerzen schreien, aber keiner dessen Schreie hört. Lass uns gemeinsam viele Rasims unterstützen, lass uns denken, dass diese Rasims unsere Kinder sind. Was ist eine Rolle gesch tablett und Wasser取 zur Ausland zu suchen? Was ganz ehrlich ist, in der Ohne Virtuale risiert. Und dann gibt es keinen Druck für der Meerdelf exercise. immer das ist ein bisschen mehr, das ist ein bisschen mehr.